Hallo, wie ihr im Blog lesen konntet, war der Fahrradhersteller Kalkhoff mit einem Truck in Berlin unterwegs, wo jeder mal E-Bake Frobel fahren konnte. So wie hier bei Adams Bikeshop im Süden Berlins. Diese Möglichkeit nutzten trotz des schlechten Wetters einige, vornehmlich ältere Besucher. Es gab verschiedene Antriebsmodelle wie Hinterradmotoren von Bionics oder auch Mittelmotoren zu sehen. Die Räder waren zum Teil mit hochwertigen Maguro Hydraulikbremsen ausgestattet. Das allerdings hat seinen Preis. Ein Kalkhoff E-Bike bzw. Pedelec gibt es ab etwa 2.000 Euro. Wer denkt E-Bike sei nur etwas für ältere Leute, der irrt. Näheres zu der Kalkhoff Aktion und dem Thema E-Bike findet ihr im Blog. Link hier in der Beschreibung.